Hallo, hallo, ich bin's mal wieder, euer Kai Adrian und ich sag euch heute meine Top 3 Star Wars Lichtschwert Videos auf YouTube. Ja, was genau meine ich damit? Damit meine ich Videos, ja, Lichtschwerter beinhalten, wo es in irgendeiner Weise, sag ich mal, um Lichtschwertkampf, wie auch immer geht. Aber das Besondere hierbei ist, dass das nämlich aus meiner Kindheit ist, als ich noch ein Kiddy war und YouTube, sag ich mal, gerade irgendwie groß in Deutschland oder bekannter wurde. Und das war so um die Zeit 2008, 2009. Kurz danach hatte ich ja auch meinen ersten, ja, Lego Star Wars Kanal aufgemacht, weil mich halt unter anderem solche Videos halt, ja, inspiriert hatten. Und es ist halt echt eine coole Zeit gewesen, weil damals, sag ich mal, noch Videos überwiegend aus Spaß hochgeladen worden sind, um einfach ein höheres Publikum zu erreichen, irgendetwas, sag ich mal, der ganzen Welt zu zeigen, beziehungsweise halt einfach, ja, um, ja, Meinung sich von anderen Leuten einzuholen, Anerkennung, um irgendetwas, ja, was man erstellt hat und weniger, um irgendwie, ja, anzugeben oder irgendwie, ja, Geld dafür zu bekommen. Es war halt wirklich noch mehr so eine kreativere Phase und mehr irgendetwas Cooles machen, was auf ewig bleibt. Und ja, ähm, wie gesagt, es geht um das Thema Lichtschwerter, weil Lichtschwerter, wisst ihr alle, finde ich mega interessant, ob es jetzt nur Star Wars intern ist oder halt auch im Real Life, äh, ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das, ja, solche Videos haben mich dann halt wirklich geprägt und deswegen möchte ich euch halt die drei, äh, Videos nennen, die, äh, ja, mir im Kopf wirklich durch die ganzen Jahre hängen geblieben sind, die ich zwischendurch, äh, auch mal wieder gerne anschaue und die halt wirklich was Besonderes sind, meiner Meinung nach. So, fangen wir dann an direkt mit dem ersten Video und das ist das, äh, Master Replicas Comic Con Video. Das wurde einfach auf der Comic Con, äh, aufgezeichnet, das ist aus dem Jahre 2006, das muss man sich mal vorstellen, das ist über zwölf Jahre alt und in dem Video, äh, spielen zwei Darsteller ihre Rollen als, äh, Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi und machen den Kampf von Episode 3 nach, also kämpfen, sag ich mal, diesen, äh, diesen Kampf auf Mustafar. Und dieses Video, man merkt es einfach auch, wenn man das schaut, es ist einfach chillig. Da war halt ein Besucher auf der Messe und hat einfach mit seiner, ja, mit seinen Camcorder das Ganze da entschieden, das zu filmen und dann natürlich auch später sich dazu entschieden, das auf YouTube hochzuladen und man merkt halt, die Leute hatten richtig Bock, es waren wenig Leute, die dort selber mit einem, irgendwie gefilmt haben, mit Handys, wie das heute ist, sondern die Leute hatten einfach Bock und haben zugeschaut, denn die Choreografie war wirklich sehr, sehr schön gemacht, die war kreativ, weil man kann natürlich nicht alle Sachen umsetzen, wenn die da irgendwie tausend Kilometer an die Tiefe springen, übertrieben jetzt gesagt, kann man das halt nicht auf, äh, naja, ebenen Fläche, kann man das halt nicht eben darstellen. Die Choreografie ist jetzt nicht allzu ernst zu nehmen, aber ich finde, sie ist trotzdem gut gemacht, mir persönlich hat das immer gut gefallen und die Leute hatten Spaß, die haben irgendwie geschrien, Use the Force oder irgendwie irgendeinen anderen Quatsch und es war einfach mega gut und die Lichtschwertfarbe ist auch in diesem Fall symbolisch ein bisschen, denn man sieht, dass Obi-Wan ein blaues Lichtschwert hat, so wie ich das auch gehört, aber Anakin in dem Fall hat ein, äh, ja, ein rotes Lichtschwert, ich weiß nicht, ob das auch von Master Replicas das Darth Vader Lichtschwert ist oder nicht, ob die jetzt gerade kein anderes zur Verfügung hatten oder halt wirklich, wie gesagt, symbolisch, dass das steht, ähm, ja, das ist, finde ich, auch mega cool gemacht und sieht auch mal ein bisschen anders aus als sonst und meiner Meinung nach sind das auch, glaube ich, Master Replicas Schwerter, das hat auch bei mir, sage ich mal, diese Faszination ein bisschen ausgelöst, dass man halt Lichtschwerter hat, okay, die sieht man jetzt nicht, äh, in dem Video, weil das schon, ja, von der Qualität natürlich nicht mehr auf den Stand der Technik ist von heute, ja, man sieht halt, dass man damit halt, ja, ähm, sehr schöne Aufnahmen machen kann, das hat, äh, ja, in echt bestimmt, äh, extrem gut ausgesehen und wie gesagt, diese Faszination hat das ein bisschen bei mir ausgelöst, dass ich Master Replicas, Lichtschwerter, beziehungsweise allgemeine Repliken, äh, sehr, sehr gut finde und das hat sich ja auch alles weiterentwickelt, das ist tatsächlich teilweise in eine andere Richtung ja gegangen, denn damals wurden ja die Effekte im Film, bei zum Beispiel Star Wars Episode 4, wurde das ja mit einer, ich glaube, mit einer reflektierenden Folie gemacht, die, ähm, sich gedreht hat und dadurch sah es dann halt später aus, als würde das Lichtschwert, als würde das so schimmern. Äh, später wurden da halt eben irgendwelche Holzschwerter, beziehungsweise Alu, was auch immer, irgendwelche, ja, gemachten Lichtschwerter mit Griffe produziert und dann wurde halt später der Effekt drauf gemacht und wie man dann halt sehen konnte in Episode 7 bei den Behind-the-Scenes, äh, wurde bei dem Film dann tatsächlich Lichtschwerter benutzt, die LEDs in irgendeiner Form integriert haben und dann wirklich man auch die Reflexionen sehen kann, ob es jetzt nun auf dem Gesicht der Darsteller ist, beziehungsweise auf den Klamotten und das, finde ich, ist ein wirklich mega cooler, ja, Nebeneffekt davon, weil, ja, das ist halt für die ganzen Leute, die an dem Film arbeiten, ist das ein Effekt, den sie weniger machen müssen und wie wir ja selber wissen, bei Star Wars gibt es mehr als genug Effekte, die im Nachhinein in der Post-Production hinzugefügt werden. Das nächste Video, was ich meine, heißt Ryan vs. Dogman Teil 2, HD. Durch den Namen kann man es indirekt sehen. Das Video gibt es auch in SD, das heißt, die haben das Ganze nochmal überarbeitet, denn das Video hatten die 2006 hochgeladen, das ursprüngliche und das HD, zwei Jahre später, also 2008. Und in diesem Fall ist das Video auch, sag ich mal, ein bisschen symbolisch gemeint, denn ich habe jetzt das Video ausgewählt, aber ich meine halt auch alle anderen Videos, die in irgendeiner Weise irgendwie damit zusammenhängen, denn hier dieser Mann, der da in dem Video ist, Ryan Weber, der hat auch mit anderen zusammengearbeitet. Ich glaube, da gab es Videos wie Ryan vs. Brandon oder irgendwie Ryan gegen noch irgendwen, keine Ahnung. Und das sind halt immer ähnliche Leute, die da irgendwie zusammengearbeitet haben und diese Videos von denen fand ich extrem cool, weil die waren halt in unserer Welt, sag ich mal, gefilmt, also im Real Life, aber halt wirklich auf Ernst gemacht und extrem gut choreografiert und das sieht halt wirklich manchmal unglaublich aus. Wenn man dann zum Beispiel so eine Szene, ich versuche das hier reinzuschneiden, so eine Szene hat wie die hier in der Choreografie, das sieht halt wirklich mega gut aus. Da haben die sich wirklich bei jedem Schritt Gedanken gemacht. Natürlich, es ist halt Star Wars, dieser Kampf würde halt überhaupt gar keinen Sinn, ergeben im echten Leben, aber man darf das halt nicht als Kampf sehen, sondern mehr, sag ich mal, als eine Art Tanz, bloß eben mit Lichtschwertern. Es soll einfach gut aussehen, aber auch teilweise halt realistisch sein, damit man, ja, da einen guten Eindruck hat und nicht direkt denkt, was soll das denn für ein Mist sein. Und auch die Effekte in diesem Teil bei Ryan vs. Dogmen 2 sind einfach mega gut gemacht, wenn man sich überlegt, dass das 2008 ist und dass das Video in HD ist und, sag ich mal, das ist keine große Firma, die da steht. Das sind, soweit ich weiß, halt, ja, doch private Leute gewesen, beziehungsweise die doch in dem Bereich irgendwas mit zu tun hatten, mit Filmschule oder sowas. Aber das ist halt keine große Firma und die Effekte sehen auch mega gut aus. Da wurde wirklich viel Zeit investiert in After Effects. Und auch diese Szene, die ich hier meine, die haben natürlich mit irgendwelchen Aluminium, weiß ich nicht, Pipes oder sowas gekämpft, wirklich keine Ahnung, aber auf jeden Fall mit irgendetwas anderem. Und in dieser einen Szene hält der eine das Lichtschwert am Boden und das geht, sag ich mal, durchs Wasser. Und dann gibt es da so kleine Funken und so weiter und so fort. Und das verdampft alles. Und ich finde, das ist mega gut gemacht, wenn man sieht hier in der Wasserreflexion und auch im Making-of, dass die da wirklich ein echtes Master-Replica-Schwert benutzt haben. Und das ist auch so ein kleines Detail, sag ich mal, was ich auch wirklich sehr gelungen finde, was auch, wie gesagt, solche Filme halt ausgemacht. Die sind kreativ. Da wurde viel Leidenschaft reingesteckt und auch wirklich auf jedes kleine Detail geachtet, selbst auf die Reflexion im Wasser. Das hat mich damals wie heute immer noch sehr fasziniert. Und wie gesagt, die anderen Videos von denen sind auch wirklich allererste Sahne. Kommen wir zu der letzten Kategorie. Und ich muss ehrlich sagen, das ursprüngliche Video, was ich meinte, das gibt es überhaupt nicht mehr auf YouTube beziehungsweise konnte ich das nicht finden. Wenn ich das finde, dann werde ich das natürlich mit reinschneiden. Aber was ich meine, es gibt Color-Change-Videos. Das heißt, da wurde von den echten Filmen, sag ich mal, wurden halt die Lichtschwertfarben geändert. Und das ist einfach ein cooler Look beziehungsweise halt einfach kreativ und witzig, wenn man da auf einmal Obi-Wan, Anakin und Count Dooku hat und jeder hat eine andere Lichtschwertfarbe. Der eine hat ein gelbes, der andere ein lilanes und der dritte hat ein grünes. Und das sieht halt einfach komplett anders aus als damals auf der DVD oder auf der Blu-Ray. Und ja, es kann halt eben irgendwie lustig einfach nur gemacht sein, um irgendetwas anderes zu erstellen. Aber bei manchen macht das auch irgendwie teilweise Sinn beziehungsweise gibt halt eine komplett andere Stimmung. Zum Beispiel gibt es dann ein Video, wo zum Beispiel Anakin in dieses Gebäude, in diese Zentrale, sag ich mal, auf Mustafa reingeht und sein Lichtschwert dann zündet und das Lichtschwert ist rot. Und man hat bei der Szene dann das Gefühl, dass das noch besser passt. Er ist noch aggressiver. Diese Wut, diesen Schmerz kann man von ihm noch besser fühlen. Und das sieht einfach noch überzeugender aus, wenn das alles in Blut rot ist. Deswegen, ich finde, das passt auch sogar noch besser. Und genauso bei der Szene danach, wo Anakin gegen Obi-Wan kämpft, da hat sich auch einer die Mühe gemacht und halt wirklich jedes Bild nachträglich bearbeitet und Anakin ein rotes Lichtschwert verpasst. Natürlich, wie gesagt, ist halt jetzt nicht realistisch, weil im Film hat er halt ein blaues gehabt, weil er das rote noch nicht bekommen hat oder beziehungsweise sich selber gebaut hat. Ist klar, natürlich. Aber es ist halt einfach als Gag ganz witzig zu sehen, wie es ausgesehen hätte, wenn er schon das rote Lichtschwert hätte. Und deswegen meiner Meinung nach wirklich ein cooles Ding, was wirklich, wie gesagt, eine andere Stimmung gibt. Und zu dem ursprünglichen Video, was ich meinte, da hatte irgendeiner sich die Mühe gemacht, ja, Mustafa in dieser Szene, wo halt Obi-Wan und Anakin reden, nachdem Anakin Padme ohnmächtig gewirkt hat, hat irgendeiner sich die Mühe gemacht und hat den Planeten blau gefärbt. Und dann sah halt Mustafa nicht mehr aus wie ein Lava-Planet, sondern wie ein Wasser-Planet. Und das fand ich auch mega gut gemacht. Das war wirklich witzig und kreativ, fand ich wirklich sehr schön gemacht. Ich hoffe, ich werde das Video noch finden, aber ich habe es beim ersten Mal suchen. jetzt nicht gefunden. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Das kann man sich, denke ich, vorstellen. Und ja, das war es für dieses Video. Dieses Video wollte ich, ja, auch schon unbedingt machen. Einerseits, ja, weil ich gerade Klausurenphase habe und deswegen ist es zeitlich bei mir halt nicht möglich, dass ich jetzt irgendwie ein aufwendiges Video mache und das ist doch ein bisschen leichter und schneller in der Produktion. Und andererseits ist es, wie gesagt, eine Leidenschaft von mir. Lichtschwetter interessieren mich halt einfach, ob es jetzt nur im Film oder im Real Life ist. Und das sind halt die Videos, die diese Leidenschaft in mir geweckt haben beziehungsweise noch mehr verstärkt haben. Denn diese Videos gibt es seit, nun, ja, keine Ahnung, zehn Jahren auf YouTube. Und, ja, die sind halt immer noch da und die Leute schauen das immer noch. Die haben teilweise Hunderttausende oder Millionen Aufrufe, weil die halt einfach besonders sind in ihrer Art, halt einmalig. Und die Kommentare, ja, die sprechen auch für sich. Das war's für dieses Video und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.